Sie haben mich zu einem glücklichen Mann gemacht. Und als nächstes zu einem toten Mann. Yes! Horto! 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 Sir, wir treiben den Feind zurück, aber er leistet heftigen Widerstand. Und Beißen ist nirgendwo zu finden. Ich nehme an, er verkriecht sich! Verkriecht sich? Was hätte ich von euch zu befürchten? Ameisen seid ihr, die sich nur aus ihrem Bau wagen, weil sie ein paar armselige Waffen besitzen. Aber zu schwach und zu feige sind für einen unbewaffneten Kampf. Komm aus deinem Versteck raus, du Zauberkünstler. Dann werden wir sehen, wie gut du im unbewaffneten Kampf bist. Komm schon! Sir, nein, das ist genau, was er will! Nein, T-Hawk, das, was wir beide wollen! Hab ich recht, Beißen? Bist du Manns genug für einen Kampf gegen mich? Wer es wagt, gegen mich zu kämpfen, wird von mir zerstört. Können, das können sie nicht! Oh ja, das kann ich. Geht und holt die Geiseln raus! Und wenn ihr nach spätestens 15 Minuten nichts von mir hört, fahrt ohne mich. Ich befehle es euch. Zieht ab! Ihr habt es gehört! Los, zurück! Raus hier! Los, Männer, raus! Werft den Feind in den Fluss! Lasst uns allein! Sie haben mich zu einem glücklichen Mann gemacht. Und als nächstes zu einem toten Mann. Ja! Zahada-Tai-Tcher! Kitte kudazai! 敵の安全組織を突破できました! よかった。 打ち es. はい. Geht euch! Sie werden sich erheblich steigern müssen, Körnel. Okay. Das ist für Charlie und für die Soldaten. Komm schon! Wo sind die Geisel? Hey, du, rede! Wo sind die Geiseln, hä? Untertitelung des ZDF, 2020